Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play! Oh Scheiße, das fängt ja schon wieder gut an. Win! So. Eigentlich wollte ich mir hier eine gute Ausgangsposition machen. Oh ne, bitte nicht laggen. 624, so die Anfangszeit merke ich mir jetzt mal. So, sehr gut, zwei Sekunden, sehr gut, eine Sekunde und da sind noch mal drei Sekunden. Sehr schön. Jawoll! Das passt ja schon mal sehr gut. So, die zwei Sekunden hier, dann die zwei Sekunden da. Und da sind auch noch mal drei Sekunden, sehr schön. Sehr toll war das jetzt von mir. Haben die Sekunden einfach außer Acht gelassen. Ah, Maske. Na jetzt brauchst du nicht zu laggen anfangen während der Zeitschallenge. Also das muss ich nicht unbedingt haben. Jetzt. Jawoll, in der Mitte gelandet. Aber super, zwei Sekunden hast du Acht gelassen. Dafür die nicht. Und ich fühle meine Maske wieder im Arsch. Aber sieben Sekunden hier sind so verdammt wichtig. Scheiß drauf. Die nächste Sekunden hier eingesammelt. Sehr schön. Oh, scheiße, die drei Sekunden hätte ich auch noch mitnehmen können. Und nur drei erwischt, so'n Scheiß. Ich bin vor drei Sekunden wieder versäumt. Das ist ein Kack. Aber dafür jetzt die Maske. So, hier schauen, dass man wenigstens viele Kisten einsammelt. Ja, Nachokisten aktiviert. So, scheiß drauf. So, hier nehmen wir die eine Sekunde mit. So, und jetzt gib mir Gold. Puh, yes. 47,12. Sehr gut. Das lobe ich mir. No, einen Namen braucht man nicht. Hat mir sowieso bestimmt, dass der Name hier nicht gespeichert wird. Naja, egal. Das wäre dann Relikt Nummer 6. Und das sind Gold. Sehr schön. So, sieht man hier. Platin auch gleich. Ne, Platin sieht man noch nicht. So, hier brauchen wir erst zehn Relikte. Das heißt, wir können noch ein bisschen warten. Bäm, 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 bäm. So, aber jetzt können wir die Trost nochmal ein bisschen speichern. Überschreiben, ja. Was wir hier auch mal gespeichert haben. Absicherung. Sehr schön, danke. So, wie viel Prozent haben wir denn jetzt schon? 31. Sehr schön. Das lobe ich mir. Das lobe ich mir. Was machen wir denn als nächstes? Was ist das? Ne, High Time. Muss ich nicht machen. Na, machen wir jetzt erstmal das Motorradrennen. Und zwar müssen wir das Level mindestens viermal, na fünfmal müssen wir es betreten. Aber den Grund dafür werde ich euch dann gleich sagen. Aber zuerst holen wir mal die Tristen. Danach schauen wir weiter. Also wie gesagt, wir müssen, glaube ich, mindestens fünfmal betreten das Level. Und zwar werde ich euch gleich sagen, warum. Und ihr seht ja hier die Schilder, wenn man dieses Alien-Ding hier umfährt, dann kommt man in ein extra Level. Also in einem Bonus-Level, das wir machen müssen, wegen der 100%-Challenge. Also bleibt es uns eigentlich gar nicht erspart, dass wir das nicht machen. Habe ich jetzt die Kiste geöffnet, so eine Lumberfrucht habe ich bekommen. Oh, du verkacktes Vieh, ey! So, Vierer-Bash! So, jetzt ist die Kiste geöffnet. So, schön langsam durchfahren hier. So, wie viel haben wir denn? 18? Da fehlen uns noch ein paar. Aua! 19? So, ich glaube da oben ist auch noch eine irgendwo. Ja, genau hier. So, 20. Okay, hier haben wir ein Dreier-Pack, äh Vierer-Pack sogar. 24. Ja, das müsste sich ausgehen. Ja, 25, sehr schön. Kann man auch schön wieder ein bisschen Leben auffrischen, wegen den Kisten und so, weil man hier, wenn man im Abgrund fliegt, dann wird man ja nicht tot. So, Kristall hätten wir schon mal. Ah, jeder Stein, nicht Kristall. Das wäre dann Prozent Nummer 32. So, dann machen wir jetzt gleich mal das Rennen. Jetzt müssen wir Erste werden. Aber ich glaube, das wird nicht so schwierig sein. Und jetzt geht noch ein paar Kisten mitnehmen, zwecks den Leveln, ah, zwecks den Leveln, damit wir ein paar Leben kriegen. So, jetzt fahren wir gleich mal hier außen rum. So, dann lassen wir uns von dem nicht stören. Jawohl, Fünfter. Kiste, Kiste und wieder ein paar Bumperfrüchte mehr, sehr schön. Ne, jetzt brauchst du nicht mehr zu legen anfangen. Boah, ich hab mich ja gedacht, der rammt mich jetzt auf jeden Tag. Am einfachsten ist es einfach immer in der Innenkurve bleiben. Und dann Gas geben. Jawohl, Dritter. Sind Lüften. Schadet nie. So, da vorne sind eh schon die anderen zwei. Das dürfte jetzt nicht so das Problem sein, dass wir Erste werden. So, hier innen vorbei. Jawohl. So, hier innen vorbei. Jawohl. Dann gleich mal wieder Beschleuniger mitnehmen und jumpen. So, und jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Einfach getrost nach Hause fahren. Außerdem ist da vorne eh noch ein Beschleuniger, also haben wir nichts mehr zu verlieren. Sehr schön. Na wunderbar. So, und das gleiche nochmal auf Zeit, weil es so schön ist. Jawohl. So, dann machen wir das gleich wieder auf Zeit. 1,25. Sehr gut. So, warten wir jetzt wieder ein bisschen. Das ist wirklich ein kleines Cheater-Ding. Und dann fahren wir los. Dann verpassen wir zwar den Superstart, aber dafür haben wir dann freie Bahn. Und uns kann niemand aufhalten, sondern so. So, da rauf will ich aber schon wegen den zwei Sekunden. Oh ne, da ist schon einer. So, innen vorbei. Wir müssen die Leute überholen. So, hier sind drei verdammt wichtige Ketten. Habe ich alle drei erwischt? Ich weiß nicht. Egal, zwei sind auch gut. Wieha! Was haben wir gehabt? 1,16. Oder? So, wir müssen die Reiniger mitnehmen. Über den Abgrund springen. Und hier alle Kisten mitnehmen. Sehr gut. Das lobe ich mir. Scheiße. Das war nicht so gut. Das schon gar nicht. Ach kacke. Gibt es hier irgendwo noch Zeigkisten? Ja, da wären zwei Sekunden gewesen. Scheiße. Ich habe nur zwei von dem scheiß 4er Pack bekommen. Ich glaube die Zeige kann ich schon mal abhaken. Ich glaube schon. 1,24. Das reicht sicher nur für Saphir. Ja, dann heißen wir halt A. Ja, gerade mal Saphir geholt. 1,20. Wenn ich die paar Kisten geholt hätte, dann hätte es gepasst. Na gut, dann holen wir heute mal noch die vier Kisten. Na gut, dann warten wir halt wieder. Klasse Kündchen. So eine halbe Minute oder so. So und dann nehmen wir los. Biu, 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 biu. So ich hoffe das geht so aus. Nicht, dass ich zwischendurch mal kurz schneiden muss. Jawohl, zwei Sekunden. Oh, da vorne ist schon wieder einer. Ja, einer ist nicht so schlimm. So. Ah, scheiße, das kostet so viel Zeit. Dreierpack. Da hat nur einen erwischt von den dreien. Scheiße. Na, das kostet wieder Zeit. Na egal. Wann hatte ich schon viel erreicht, muss ich sagen. Jawohl, die ist erwischt. Oh ne, jetzt habe ich den, ja wenigstens hier vier Sekunden. Bisschen driften. Oh ne, jetzt fahr ich schon wieder hier ins Aus. Jetzt kann ich schon wieder vergessen. 1,20 brauchen wir, oder? So nehmen wir jetzt diese zwei Sekunden mit. Jawohl, zwei Sekunden eingesammelt. So, jetzt will ich hier aber alle vier Sekunden haben. Nein, das wird nichts. So ein Scheiße. Ja, dazu machen wir einen Karton und probieren es nächstes Mal wieder. Also, bis dann. Haut rein und ciao, ciao.